Musik Bereits zum 41. Mal fand hier rund um den Breitscheidplatz das internationale Drehorgelfest statt. Ein Höhepunkt dieser Veranstaltung natürlich die Parade mit über 100 Akteuren in historischen Gewändern. Wir waren für euch dabei, lehnt euch also zurück und genießt die Bilder. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ja, liebe Zuschauer, das war sie, die Parade hier vom Kurfürstendamm. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und kommentieren Sie den Fernsehfunk Berlin. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, Sie schalten das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, Tschüss! Untertitelung. BR 2018